hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen informationsvideo von mir für euch ich wie wir schon hört habe ich ein neues mikro also wahrscheinlich wird die stimme ganz ungewohnt sein schätze ich mal so hat sich normalerweise meine stimme an ja habe mir neues headset gekauft weil ich zuerst immer über das sagen wir mal so ich habe den laptop und die spiele auch mit dem und da ist auch ein integriertes mikrofon dabei durch das integrierte mikrofon ist es natürlich so gewesen dass man hintergrundgeräusche wahrscheinlich immer gehört hat so ein komisches summen so das war immer der grund wieso manche leute mich nicht ganz verstanden haben und wieso dass ich auch sehr leise war meistens bei den meisten videos jetzt hoffe ich dass ich ein bisschen lauter bin ich bin hier gerade king of the hill drinnen dass ich euch nebenbei ein bisschen was zeigen kann ja das mikrofon sagen wir mal so es war günstig ich habe mir gedacht ich kack drauf wollte ich mein günstiges mikrofon weil ich mir gedacht habe ihr solltet auch was davon haben dass ihr mal nicht immer nur fast nichts hört sagen wir mal so und jetzt habe ich sollte soweit geschafft dass ich für ein mikrofon besorgt habe und ja also man hört mich jetzt hoffentlich viel viel besser die stimme ist zwar vielleicht noch ein bisschen ungewohnt aber naja was soll's gucken wir mal ob das sniper berg wieder irgendwo wo es leckt ein bisschen genau und falls es lecken sollte bei den videos tut mir das aufrichtig leid da das ja ein laptop ist der hat halt nicht so viel cpu leistung wie ein stand rechner aber ich bin wird werde mir jetzt dann demnächst langsam einen ein ding zusammenbauen einen rechner der was und so der was relativ gut ist also nicht perfekt aber so dass die dass ich spiele spielbar spielen kann ohne dass es die ganze zeit zur leg ist ja hoffen wir dass das beste passiert natürlich vielleicht schaffe ich es ja in der kurzen zeit jetzt irgendwo eine typen abzuknallen oder knallt mich wer ab keine ahnung sehen wir dann eh ich hoffe das blatt verändert sich hoffentlich kommt doch keiner von den anderen und sehr offen muss ich sagen es ist nicht gut das hat jetzt geleckt sagen wir mal so ich bin kein schlechter schütze aber manchmal bin ich zu doof einfach dass ich manche leute sofort sehe ich hoffe über die lebe die runde jetzt eine kurze minute wenigstens ja ich hoffe euch gefällt euch jetzt das was ich jetzt gemacht habe mit neuen mikrofon da ist ja was ganz was neues ist wegen der stimme also ihr hört mich so gesehen das erste mal haben wir schon den ersten typen gehabt aber leider gott das war das kein erfolg der hat einen kollegen von mir abgeknallt böser junge so junge ne das sind das sehen wir mal nichts gehen wir hier rum vielleicht bietet sich hier ja oh man ey das ist laggy wahrscheinlich werde ich jetzt dann eh abgeschossen mit meinem glück was ich habe ne wenigstens ein abschuss wäre cool schauen wir mal gehen wir mal darauf zurück hier vielleicht habe ich da ja mehr glück die überrallt die bekackten sniper ey das kann es echt nicht sein ich bin gestorben ihr habt mein neues mikro jetzt kennen gelernt wie meine normale stimme sich anhören würde oder sich anhört sagen wir mal so ich hoffe ihr habt spaß bei meinen videos zuzuschauen und vielleicht nehme ich wieder ein paar ja king of the hill macht auch so viel spaß muss ich sagen ich werde wahrscheinlich von denen ein bisschen was aufnehmen wahrscheinlich auch alt ist live wahrscheinlich aber drei epoch dass ich da auch mal was aufnehmen und hochlade ich habe jetzt auch verschiedene andere spiele noch zusätzlich ich werde es dann unten mal zu zuschreiben vielleicht habt ihr bock von da videos zu sehen oder keine ahnung wie er das möchtet ich wünsche euch bei mir ist es jetzt zwar schon ein bisschen später die aufnahme weil es ist schon 21 uhr und es ist sonntag also sonntag 21 uhr bin ich jetzt gerade unterwegs und vielleicht sieht man sich ja ich wünsche euch noch viel spaß beim zocken je nachdem habt spaß daran was ihr macht und und haut rein bis zum nächsten mal euer ans teufel ciao